Untertitelung des ZDF, 2020 Ich begrüße Sie herzlich, heute, also in der zweiten Sitzung unserer Sektion, eröffne ich, sozusagen, erkläre als geöffnet. Und ich wünsche Ihnen eine produktive Arbeit. Wir haben fünf Vorträge, wie gesagt. Also, damit wir alles schaffen, ist es notwendig, einen Zeitvorschrift festzulegen, und zwar wie viel? 15 Minuten. Wer es schafft, den 15 Minuten ist besser, wer 20 Minuten braucht, wird die auch kriegen, oder? Gestern gab es ja auch. Jetzt muss ich nicht. Sowieso war es sehr interessant, und wir waren wirklich gespannt. Hoffentlich geht es heute auch so. Also, als erste spricht Olena Prisajnuk mit dem Vortrag Lexikalische Besonderheiten von Deutschen, der selber, auch dieser, aus der Übersetzungssicht. Bitteschön. 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 Ich bin es für ein Moment. Vielen schönen guten Morgen alle, sehr geehrte Damen und Herren, heute möchte ich meinen Beitrag zum Thema lexikalische Besonderheiten von deutschen Teasern aus der Übersetzungsgesicht präsentieren und zuerst gleich zum Begriff Teaser, was versteht man überhaupt unter einem Teaser. Der Teaser gilt heute in Medienlinguistik als eine der populärsten und meinsten Gattungen des Onlinejournalismus und gehört zur Zeit zu den wichtigsten und leicht verfügbaren Informationsquellen in unserer digitalisierten Welt, die sich ständig versandt entwickeln. Aber trotzdem sind Teaser bis heute sowohl in der deutschen als auch in der ukrainischen Sprach- und Translationswissenschaft nur wenige Forschungen gewidmet. Im vorliegenden Beitrag werden lexikalische Besonderheiten von deutschen Teasern aus der Übersetzungsgesicht am meisten von Teasern der Internetseite in deutscher Weile analysiert. Also im Journalismus versteht man unter einem Teaser, also das Wort selbst kommt aus dem englischen Titus und bedeutet so viel wie Anreizen oder Necken. Man nennt dieser also die Kunst zu verführen. Und das ist ein kurzer Text, dessen Hauptaufgabe ist, Interesse des Lesers zum Weiterlesen des Artikels zu wecken. Bildlich gesprochen ist der Teaser auch so der Apertiser, der Türöffner, Lasso und der Apertis genannt. Also der muss auch die Hauptspeise, also auch die Nachrichten machen. Und wenn der Leser findet, dass ein Thema also nicht besonders gut dargestellt ist, wenn dieser Teaser diese Funktion nicht ausfüllt, dann klickt er einfach schnell weiter zum nächsten Angebot. Also ein Teaser besteht aus ein paar Zeilen aus der Staatsseite mit dem Themenübersicht, die auf einen vollen Beitrag hinweisen. Ein Teaser besteht auch entweder aus einer Überschrift. Diese Überschrift kann so vor allem in Form einer Frage oder Ankündigung formuliert werden, oder aus einer Überschrift und einer kurzen Beschreibung der weiterführenden Nachricht mit dem Bild. Die meisten Online-Medien, nämlich Deutschrelle, haben noch ein Bild. So also die Überschrift entscheidet darüber, ob sich ein Leser einem Artikel zuwendet und sie soll, so soll die Überschrift dem Leser auch ins Auge fallen. Wenn die Überschrift langweilig kommt, dann ist die Gefahr groß, dass der Leser das Interesse am gesamten Text verliert. Und die Übersetzung von Teaser stellt für jeden Übersetzern eine große Herausforderung dar, weil es eine ausschlaggebende Rolle spielt, dass dieser sowohl in der Ausgangs- als auch in der Zielsprache die zwei wichtigsten Funktionen erfüllt, gleichermaßen erfüllt, also informative, lockende Funktion. Und jetzt hat dieser auch eine neue Funktion bekommen. Also jetzt, wenn wir zum Beispiel Facebook scrollen oder Nachrichtenseiten, dann ist es sogar die wichtigste Informationsquelle. Wir möchten auch nicht weiterklicken, nur kurz die wichtigste Information von diesem Teaser bekommen. Und nach der durchgeführten Analyse wurde es festgestellt, dass die meisten Schwierigkeiten bei der Übersetzung von Teaser aus dem Deutschen ins Ukrainiere, auch der lexikalischen Ebene entstehen. Also man kann Probleme bei der Wiedergabe von Composita, Anglicismen, Reale, Wortspielen, Phraseologismen, unübersetzbaren Begriffen, also die besonders oft in Überschriften von Teaser vorkommen, aussondern. Und dies lässt sich an folgenden Beispielen veranschaulichen. Und hier das Beispiel Nummer eins. Und hier haben wir so Überschrift Süßwarenmesse Deutschland ist Zucker auf Deutsch und ukrainisch trinkt dieser Teaser bis mit einer Überschrift wie »Solat kanimeitsse« und »Jetabeszukru« »namu schreibe«. Und im angeführten Beispiel fällt in der ukrainischen Übersetzung auch der Begriff »Schlaraffenland«, also er kommt in der Beschreibung zur Nachricht »Forschlaraffenland Deutschland«. Und das ist ein fiktiver Ort aus einem deutschen Märchen. Und in der ukrainischen Übersetzung fällt dieser Begriff, diese Reale. Und auch bemerkenswert ist, obwohl man das deutsche homonymische Spiel ist ins ukrainische nicht übertragen konnte, hat der Übersetzer mindestens die Form, also diese Schreibweise mit Klammern in einem anderen Wort beibehalten, also mit »namu schreibe«. Dann noch ein Beispiel, ja, das war das Schlaf, »Aferland« und das Wortspiel. Die meisten Teaser werden inhalten auch eine Menge von Phrasiologismen, besonders in den Überschriften. Hier haben wir sogar drei Phrasiologismen, ein Phrasiologismus in der Überschrift und noch zwei in der Beschreibung zur Nachricht. Und die besondersten Überschriften haben wir viele Phrasiologismen, weil die Überschriften, also die Spanung, die zum Weiterlesen anregt erzeugen und dem Leser sozusagen den Appetit auf den Rest des Textes machen. Und hier haben wir Phrasiologismus »Wolf im Schafsfeld«. Und im ukrainischen haben wir »Wolf im Schafsfeld«, also »Wolf im Schafsfeld«, wurde in der Übersetzung mit dem ukrainischen Äquivalent »Wolf im Schafsfeld« wiedergegeben. Nach einem Phrasiologismus kommt in der Beschreibung »Porzellan zerschlagen« und »Alte Scherben aufkehren«. Der zweite Phrasiologismus »Scherben aufkehren« ist verloren gegangen und wurde »Nichtphasiologisch« ins ukrainische übertragen wie »Probrate Bezlat«. »Porzellan zerschlagen« hat der Überschriften auch mit einem »Phasiologismus« im ukrainischen »Wolf im ukrainischen« wiedergegeben »Lamate Drova.« Also ein Phasiologismus ist verloren gegangen und so wurde der stilistische Gesamtwert und Funktion von dieser nur teilweise erhalten. Ein weiteres Problem bei der Übersetzung bereiten die deutschen Begriffe, die keine Entsprechung im ukrainischen haben, die als linguistische Lücken im ukrainischen gelten und sie lassen sich nur umschreibend übersetzen. Und ein Beispiel der Zwa wäre das Wort »Geisterspiel«, das Geisterspiel. Und so ins ukrainische hat der Übersetzer das umschreibend wiedergegeben, wie einfach »Matsch Saporaznis Tribun«, was eigentlich dieser Begriff bedeutet. Und in den meisten Tisern beendet sind auch ganz viele Antriezesen, die entweder beibehalten oder vermieden werden, im ukrainischen vermieden werden. Und beim Vergleich vom Text dieser und dessen Übersetzung fallen gleich die Unterschiede in der Übersetzung der Überschrift mit dem »Anglizismus« »Startup Nation Israel« auf. Der Übersetzer hat den »Anglizismus« auch im ukrainischen beibehalten, hat ihn aber durch einen ähnlichen zielsprachigen Begriff ersetzt, der den ukrainischen Lesern mehr bekannt ist. So wurde in der Übersetzung nicht die Form, sondern der Inhalt erhalten. Und der »Anglizismus« »Hightech« wurde auch brennisch transkribiert. Ja, noch ein Beispiel von Tisern, die ganz viele Frisologismen enthalten ist der nächste Teaser. Und in Überschrift haben wir wieder einen Frisologismus, Murphys Gesetz. Und das ist eine auf den US-amerikanischen Ingenieur Murphys zurückgehende Lebensweisheit, nach der alles, was misslinken kann, auch misslinken wird. Und noch zum unpassendsten Zeitpunkt. Im ukrainischen haben wir auch so etwas wie »Sakon Murphy«. Aber für den ukrainischen Leser wird dieser Begriff vielleicht nicht so gut bekannt. Wir haben einen ähnlichen Begriff und man nennt das »Sakon Schiff«. Und dann hat er diesen Frisologismus wiedergegeben. In der Beschreibung zum Artikel gibt es auch eine Erklärung. So wurde dieser Frisologismus auch erklärt. Und da steht also »Murphys Gesetz« sagt, dass das schiefgehen wird, was schiefgehen kann. Und im ukrainischen hat der Übersetzer diese Idiom auch am Beispiel vom belegten Brot wiedergegeben. Und hat es folgenderweise übersetzt. »The computer brother«, wie damit ist sie möglich, das skriptet, lieber Paddel, Toboliskorvondermaschen, Ristoroneum. Also das Brot fällt immer auf die gute Seite. So sieht man, dass dem Übersetzer gelungen ist, diesen zwei Frisologismen in ukrainischen der Zielsprache zu finden. Und diese phraseologischen Einheiten im Text beizubehalten, damit sie gleiche Funktionen wie im Ausgangstext erfüllen, was auf eine erfolgreiche Übersetzung hinweist. Hier hatten wir auch einen Anglizismus »Brexit«, also ein weitverbreiteter Anglizismus. So hat man das auch in der Übersetzung »Brexit« beinhaltet, also an diesem Anglizismus »Brexit«. Und noch im letzten Beispiel ist auch eine Schwierigkeit mit der Übersetzung von zwei deutschen Verben entstanden. Also wir haben zwei Verben, die deutschen »Hamstern« und »Horten«, die im ukrainischen keine Entsprechungen haben und lassen sich auch nur umschreibend wiedergeben. Das, was der Übersetzer auch gemacht hat, einfach mit »Stuffdefiziten« übersetzt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei der Übersetzung von Teasern ist wichtig zu beachten, dass die Leser in knapper und leicht verständlicher Form über das Thema des Artikels informieren sollen und dazu anregen, den gesamten Text weiterzulesen. Und wenn es dem Übersetzer gelingt, dieses Ziel zu erreichen und wenn die Clickrate folglich auf der Seite hoch ist, dann handelt es sich um einen guten Teaser bzw. dessen erfolgreiche und qualitative Übersetzung. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Wir danken auch für Ihren Vortrag. Bitte welche Fragen haben Sie? Ich würde eine Frage vielleicht aus der Sicht eines Filisters stellen. Wer übersetzt eigentlich diese Teaser? Also ob die Zeitungen übersetzt werden überhaupt, Zeitungsartikel oder sind das Artikel aus Internet? Also wie kommt es dazu, dass solche Teaser übersetzt werden sollen? Ja, das ist ein Problem eigentlich, die übersetzten Teaser zu finden, weil nur wenige deutsche Online-Medien ins ukrainische übersetzt werden. Deshalb habe ich eine deutsche Welt gewählt, weil das vielleicht nicht die einzige, aber das populärste Medium ist, dass diese Teaser ins ukrainische übersetzt werden. Also nicht so viele deutsche Medien. Sie sind zweisprachig. Oder sie sind zweisprachig, aber es sind keine Übersetzungen. Alles klar. Nog Fragen? Sie hatten ein sehr interessantes Beispiel. Es gab Summit und Brexit. Summit war kirillisch geschrieben und Brexit lateinisch geschrieben. Ich meine Frage. Kann es sein, dass auch das Graphen, die lateinische Schreibung von Brexit, auch Teaser ist? Anziehend attraktiv für den ukrainischen Leser? Na ja, das ist auch bei uns für ukrainischen Leser ganz gut bekannt. Weitverbreitet. Also nicht alle werden Sorge lassen oder manchmal, wenn es Abkürzungen sind, werden sie sehr oft zusätzlich erklärt, was das ist. Ich hatte hier auch ein Beispiel. Das war eine Messe in Leipzig in Leipzig. Und im Original war das wie eine Abkürzung. Ja, ISM und im ukrainischen haben wir ein Mischnerade, ja, wo soll das steht. Weil für uns das nicht so bekannt ist, was diese Abkürzung bedeutet. Also im Englischen. Ja, und noch eine Frage. Ich hatte eigentlich keine Frage. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich eine Frage habe. Ja, bitteschön. Ich habe eine, vielleicht keine Frage. Ich hätte schon, also ich habe schon noch eine Bemerkung zu der Übersetzung. Ich finde, dass das eigentlich bei manchen Fällen überhaupt keine Übersetzung ist. Das ist eine Art Zusammenfassung. Und daher wäre es ein bisschen problematisch, das also für die im Namen der Übersetzungswissenschaft überhaupt zu vergleichen. Also die Übersetzung war eigentlich, ich würde dann sagen, eine, das kann man nicht sagen, eine schlechte Übersetzung, aber eine primitive Übersetzung. Also der Originaltext ist viel schöner. Also wenn man sobald jetzt Christiane Norden nimmt und ihren funktionalen Ansatz, dann kann man sagen, dass das oder die Übersetzung ist. Ja, das ist ein Ansatz. Technisch, aber ich glaube pragmatisch auch nicht, weil wir mit dem schönen Originaltext einen besseren pragmatischen Effekt erreichen als mit der beschreibenden Übersetzung, wo manche Informationen einfach ausfallen. Pragmatisch ist es auch dann anders. Und meine Frage wäre dann zu Schlagzeilen, also haben Sie vielleicht einen Unterschied bei Schlagzeilen in einem normalen Zeitungsartikel und einem Teaser entdeckt. Funktioniert das nach den gleichen Regeln oder ist das im Teaser ein bisschen anders? Denn bei Zeitungsartikeln ist dann auch die Idee, dass man den Leser auch langsam macht auf den Text, den man danach liest, aber bei Teaser ist die Idee, dass man nicht im Beginn der folgenden Text lesen muss. Und die Überschrift in einem Teaser erfüllt mehr diese lockende Funktion, sodass wir das einfach weiterklicken, nicht so informativ wie vielleicht in den Zeitungen sind. Also die wichtigste Funktion, haben, so würde ich sagen, diese Locken, das ist auch uns ganz gut bekannt, wenn wir diese Schlagzeile lesen, dann muss man da etwas verstehen, was wir erwarten. Und wie ist das denn dann sprachlich ein bisschen stärker ausgedrückt bei einem Teaser? Ja. Die Schlagzeilen meinen Sie? Also hier waren die Beispiele mit ganz vielen stelistischen Mitteln, Wortspielen, Braseologismen, das, was vielleicht in einer Zeitung nicht so oft kommt. Dankeschön. Also wenn es keine Fragen mehr gibt, dann Dankeschön. Dankeschön. Ich heiße Wodemokarburg, ich komme aus Irlande von Kipsk und bin an der Nationalen Technischen Universität für Erdöl und Erdgas tätig, am Lehrstuhl für Filmmologie und Wellmenschutzübersetzung. Und mein kurzer Vortrag heute möchte ich im Thema von Textsorten in deutschen Medien und möglichen Übersetzungen, Merkmalen und Besonderheiten einer von diesen Textsorten erzählen. Ich interessiere mich eigentlich für analytische, das heißt meinungsbedürnte Textsorten im deutschen Medien und meiner Meinung nach ist die Textsorte Glosse eine der interessantesten, würde ich sagen. Die Textsorte Glosse, lateinisch Glossa, Erläuterung, gehört zu den analytischen Textsorten der deutschen Zeiten. Die Glossen zeichnen sich durch ihre Kürze, Genauigkeit, Klarheit, Schärfe und Witz aus. Gegenstand einer Glosse ist im Allgemeinen Handlungen, Ereignisse, Verhaltensweisen, die der Kritik ausgesetzt sind. Dabei zeigt die Glosse den Widerspruch zwischen objektiven Anforderungen und subjektiver Entsprechung, zwischen vorgetäuschten und wünschenswerten und realen, der Illusion und der Realität, als auch zwischen der Absicht und der Handlung, der Anstrengung und dem Ergebnis, dem Zweck und dem Mittel, zwischen dem Wort und der Tat. Die Funktion der Glosse besteht darin, mit Hilfe eines interessanten und emotional aktiven Textes solche Widersprüche blitzschnell aufzudecken und zu versuchen, die Verhaltensweisen und deren Folgen zu ändern. Diese Funktion hat einen politischen und unter bestimmten Voraussetzungen auch einen organisierenden Aspekt. Heinz Helm Klüger definiert die Glosse als eine journalistische Textsorte, in deren Texten besonderer Wert auf die Äußerung einer bestimmten, wichtigen Meinung gelegt wird. Sie unterscheiden sich von informationsorientierten Texten und von Kommentaren. In Texten, die eine Meinungsäußerung betonen, geht es um Interpretation und Bewertung. Sowohl in der Glosse als auch im Kommentar entfalten sich die Bewertungen mit Argumenten, aber die Argumentation der Glosse ist verzerrt und hat mit Hilfe der verschiedenen Varianten der Modalität eine veränderte Form. Darin besteht die Besonderheit von Texten dieser Textsorte und die Glosse hat einen scharfen, polemischen Stil. Der Höhepunkt einer Glosse ist ihre Pointe. Die Erklärung des Begriffs Pointe findet man in einem fachlichen Literaturlexikon. Pointe nach dem französischen Pointe. Spitze ist eine direkte, unerwartete Bedeutung, die den Witz beendet. Es ist oft eine unerwartete Meinung in Bezug auf das Gesagte. Die Pointe der Glosse drückt die Hauptidee aus, für die der Text geschrieben wurde. Sie erklärt in knapper, scharfer Form die Position des Autors, seine eigene Einschätzung der zuvor geschilderten Situation und seine Beteiligung an der Verbesserung der kritisierten Erscheinung. Texte der Glosse sind ironische Texte. Eine der Arten der ironischen Tonalität ist sogenannte intertextuelle Ironie, die in den Texten der Textsorte Glosse weit verbreitet ist. Der Begriff Intertextualität wurde von der Theoretikerin des Poststrukturalismus, von Julia Kriste war eingeführt und bedeutet im allgemeinen Sinne die Verbindung eines Textes mit anderen Texten oder gesellschaftlich-politischen oder nicht nur politischen Ereignissen der Welt. Sie skizzierte Intertextualität als textuelle Interaktion, die innerhalb eines separaten Textes stattfindet. Intertextuelle Ironie kann nur der sogenannte ideale Leser erkennen, den Umberto Eco Lettore Modello nennt. Er ist in der Lage, der Meinung des Autors zu folgen und alle Hinweise und Untertexte absolut zu entziefern. Der Adressat der Glosse kann aufgrund seines hohen Bildungsniveaus die Ironie der vom Autor beschriebenen Phänomene spüren und genießen. Intertextuelle Ironie entsteht aus dem Vergleich des Kontextes eines Ereignisses, des beschriebenen Ereignisses, das der Autor andeutet. Das heißt, es basiert auf einer Anspielung und so unterscheidet sich das Problem, so überschneidet sich das Problem der Wiedergabe intertextueller Ironie bei der Übersetzung mit dem Problem der Übersetzung von Anspielungen in der Stilistik Allusionen. Die Hauptaufgabe eines Glossen-Übersetzers besteht, diese intertextuelle Ironie des Originaltextes durch die Vermittlung von Anspielungen zu bewahren, sie diese Anspielungen und Allusionen anzuerkennen und die Vieldeutigkeit, das bedeutet die stilistischen Mittel, die an denkenden Leser vom Autor gerecht wird, zu vermitteln. Ich möchte als ein kleines Beispiel eine kleine Glosse vorzulesen, ganz kurz, damit wir das vorstellen könnten. Der Text heißt Vergessen. Die Vergesslichkeit greift immer mehr um sich und muss andauernd als Ausrede oder Entschuldigung herhalten. Nicht nur Politiker, die ab und an vergessen, an welcher Tankstelle sie von wem einen Koffer mit Schmiergeld erhalten haben, oder Fußballverein-Präsidenten, die schon mal vergessen, dass sie in der Schweiz noch ein paar Millionchen auf einer Bank liegen haben. Nein, auch Otto Normalverbraucher und Lisschen Müller vergessen ständig ihre Haustürschlüssel, ihr Handy oder gar ihre Kinderstube. Andere vergessen die Zeit, sich, ihren eigenen Hochzeitstermin oder den Blumenstrauß für den Muttertag. Auch diese Glosse sollte am Schluss natürlich eine Pointe haben, sie ahnen es sicher, drei Punkte vergessen. In diesem Text haben wir Anspielungen an politischen Ereignissen oder Ereignissen im Leben, zum Beispiel in Deutschland, Ständenaffären, besonders vor den Wahlen jetzt, ein besprochenes Thema. Dann haben wir Fußballverein-Präsidenten, die Ständalen an Bayern München oder sowas vor ein paar Jahren zum Beispiel. Aber wir haben natürlich diese Vieldeutigkeit in manchen Wörtern, die auch von denkenden Lesern anerkennen sein muss. Zum Beispiel das Wort die Kinderstube, die als Erziehung gemeint wird. Meiner Meinung nach natürlich, ich bin nicht der Autor. Und dieses Wort, also der Titel vergessen, spricht meiner Meinung nach an fehlende Verantwortung in der Gesellschaft. Und wo die Frage, die nach meinem Vortrag steht, heißt natürlich, können wir eigentlich, können wir irgendwo die ukrainische Übersetzungen von Glossen finden? Leider nicht, weil es gibt natürlich keine Bücher oder Veröffentlichungen oder Bände. Also es wäre natürlich sehr schön. Aber ich, erstens, was ich sagen möchte, ich habe ab und zu gesehen, die Texte von unseren bekannten deutschsprachigen Autoren, wie zum Beispiel Jürgen Andrukovitsch oder Sergej Jalan, die schreiben so ähnliche Texte. Also sie heißen bei uns Kwonke, ja, und ja, Glunen, im deutschen Medien ist das eine ganz andere Textworte mit ein paar anderen Merkmalen. Aber ab und zu habe ich bei Unrukovitsch auch kleine Übersetzungen von deutschen Texten gefunden. Ich versuche mit meinen Studenten von höheren Semestern, also mit Magistranten, solche kleinen kurzen Texte als eine Hausaufgabe. Sie bekommen von mir eine Hausaufgabe, so einen kleinen Text zum Beispiel. Sie sollen diese vieldeutigen Wörter finden, also spielistische Mittel und dann diese Anspielungen, also worum geht es eigentlich im Text. Und dann natürlich eine kleine Übersetzung, wie Sie das sehen, klappt meistens gut, weil die Texte klein sind. Also das bedeutet, wenn Studentinnen und Studenten kleine Texte als Hausaufgabe bekommen, dann freuen sie sich meistens. Meiner Meinung nach, es gibt hier genug Arbeit mit so einem Text. Also man muss schon recherchieren in verschiedensten Texten oder Ereignisse, diese Anspielungen, alle Jürgen. Aus einer Seite, aus anderer Seite die Übersetzung von stilistischen Mitteln, das ist immer eine Herausforderung, also meiner Meinung nach. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus Wir danken Ihnen auch. Und bitteschön, eine Frage. Ja, das ist genau genommen. Keine Frage, es ist eher ein Kommentar, weil ich mit meinen Studenten auch einmal Glossen gesprochen habe. Aber das war ein Abend, wo wir verschiedene journalistische Textsorten einfach gesprochen haben. Ja, und meine Erfahrung war auch, dass die Glosse die größten Schwierigkeiten bereitet hat. Ja, ja, ja. Was ist das überhaupt verstehen und damit umzugehen? Was ist das überhaupt? Also das spiegelt sich ganz genau das, was Sie sagen. Das ist wirklich, ist klein, kurz, aber extrem schwierig. Und man muss schon viel, also als Leser, man muss schon viel, also diesen Background vom Lesen haben. Also das, es geht einfach nicht. Also für Menschen, die weniger gelesen haben, also sie haben, sie lesen das und verstehen halt nicht. Also das steht wirklich in allen kleinen, also dass die Glosse als Medientextsorte eine, die größte, wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen für einen Journalisten ist. Also das steht überall. Ja? Vielleicht ein ganz kurzes Kommentar dazu. Also ich denke, der Monat des integrierten Lesers. Also es gibt so diese Konstanzer Schmule in der deutschen Literaturwissenschaft, der eben an einem Leser, der deutsche Leser mit Intergrundwissen ist der integrierte Leser. Es ist schon ein Text, der durch die Anspielungen an einen, also sich auf einen Kontext bezieht, der einem frischsprachigen Leser nicht gut versteht. Also vielleicht sind ausländische Leser nicht gerade integrierte Leser eines solchen Textes. Also dann, danke schön. Vielen Dank. Dann gebe ich das Wort dem nächsten Sprecher, der nächsten Sprecherin. Das ist Olhard Deniz mit dem Beitrag Lexeme aus anderen Grenzsprachen als Übersetzungseinheit anhand des Romans von Oxalisa Buschko, und seiner Übersetzung ins Deutsche. Also einen schönen guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Olga Beres. Ich komme aus Lviv. Ich bin am Lehrstuhl für interkulturelle Kommunikation und Übersetzung im Lviv tätig. Mein Vortrag ist Trengeote, also Lexeme aus anderen Grenzsprachen als Übersetzungseinheit anhand des Romans von Oxalisa Buschko, Poligodis Papicinia Sokrisko Sexto, und seine Übersetzung ins Deutsche. Und Oxalisa Buschko ist eine ukrainische Schrittstellerin, Dichterin, sie istin und vicepresidentin des ukrainischen Fanzentrums. Sie unterrichtet kreatives Schreiben an der Universität Kiew und im Fischer Taschenbuch ist 2008 ihr Roman Feldstudien erschienen. Und im Vortrag werden einige stilistische Aspekte dessen Übersetzung ins Deutsche behandelt. Der Roman hat daher Übersetzungskollektiv ins Deutsche übersetzt. Und im Roman Feldstudien äußert sich Sabuschko und verblüht über das Verhältnis zwischen Mann und Frau. Die Sprache ist modern und enthält zahlreiche Einspülungen auf ukrainische Lieder, Gedichte und Sprichwörter, sowie Elemente des Alltags- und Straßensjardons. Für die Ukraine bedeutet Sabuschkos Roman die Wiederbelebung einer fast verlorengegangene Form, die eigene Identität auszudrücken. Vortalität und Schmerz in den Geschlechtsbeziehungen spiegelt das Verhältnis einer Nation zu sich selbst wider. Sabuschko sieht das Scheitern der Liebe als Teil der Leidensgeschichte ihres Volkes, das seit Generationen unterdrückt wird und seine Liebesfähigkeit verloren hat. Von seiner Form her ist der Roman ein Vortrag von einem wissenschaftlichen Publikum in den USA, in dem die Autorin ihre Liebesgeschichte von ihrem Beginn bis zum unfreundlichen Ende erzählt. Der Roman enthält nicht nur zahlreiche Metapher, et cetera, Vergleiche und andere Mittel des biblischen Ausdrucks, was für das Schaffen von Oksana Sabuschko ganz typisch ist, sondern auch zahlreiche Fremdwörter. Und besondere Schwierigkeiten entstehen bei der Übersetzung, gerade bei der Übersetzung von Fremdwörtern aus anderen Fremdstufen. Man benutzt verschiedene Übersetzungsverfahren, wie zum Beispiel Ersetzungen, Konkretisierung und Generalisierung, Ergänzung und Auslassung, syntaktische Umstellung, beschreibende und anonymische Übersetzung. Die Transformationen dienen einer adäquaten Übersetzung und ihre Wahl hängt jedoch von dem Kontext, von der jeweiligen Situation, von ihrer Struktur, von dem Grad ihrer Expressivität und Funktion ab. An anderen konkreten Beispiele wird im Vortrag gezeigt, wie Fremdwörter aus anderen Fremdsprachen aus dem ukrainischen ins deutsche Übersetz kümmern. Und im Roman treten zahlreiche Fremdwörter und sogar auch volle Sätze aus anderen Fremdsprachen und nämlich aus dem englischen und russischen. Zum Beispiel, public channel, hi Jews, oh come on, give me a break, mad love, madness is a land of opportunities, I don't see any problems, where is that, broken relationships, single parent, I know, striped after the divorce, stud woman, oh my, you have completed your siege, boyfriend, who cares, koniešno, děmečka, tak was zavut, slyš, победitelnica, poništo, lady and gentlemen, lady and gentlemen. Im Originaltext transkribuert die Schriftstelle die Fremdwörter aus dem englischen oder übersetzt sie im Kommentar. Die Übersetzer übernehmen die Fremdwörter aus dem englischen als Zitatwörter und aus dem russischen transkribieren sie, ohne ihre Bedeutung zu erklären. Und hier noch ein paar Beispiele für das Wort děmečka, was im Roman oft vorkommt, z.B. nie děmečka. Und die setzt man als, wenn einfach kein děmečka, kein jüngis dink mehr, wo Übersetzer ergänzend benutzen und so versteht der deutsche Leser die Bedeutung des Wortes děmečka, das Mädchen. In einem anderen Kontext kommt das Wort děmečka in einem phraseologischen Ausdruck děmečka na pa bihenka, in der Bedeutung die Person, die alle anfallen, meist kleineren Tätigkeiten und Aufgaben übernehmen muss. Für diesen Phroziologismus wird im Deutschen eine Entsprechung gefunden, mädchen für alles. Und noch ein Beispiel, der Satz »Oh, come on, give me a break« übersetzt die Autorin als »oblichter, mini spoky« und die Übersetzer transkribieren. »Oh, come on, give me a break« Es wäre auch besser, meiner Meinung nach, wenn es auch deutsche Übersetzung gäbe. Und die Analyse hat gezeigt, dass Fremdwörter im Roman »Feldstudien« von Oksander Sabuschko transkribiert vorkommen, weil diese für ukrainische Leser verständlich sind. Und in der deutschen Übersetzung werden diese direkt im Text kommentiert oder dafür werden entsprechende im Deutschen gefunden. Die meisten Leseme aus dem Englischen werden dagegen in der deutschen Sprache als »Zitatwörter« ohne Kommentare übernommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe die Frage zu pm. Vielen Dank für den Vortrag. Wie meinen Sie, ist das eigentlich korrekt, Anglizismen in Deutschen über Anglizismen zu übersetzen? Für einen Deutschen ist das selbstverständlich. Das versteht man ohnehin für einen Ukrainer wahrscheinlich nicht so. Ja, also die Übersetzer lassen englische Wörter so, wie sie im Originaltext sind. Also, wie wir wissen, die Fremdwürter können die Sprache bereichern. Aber es gibt auch schöne Äquivalente aus eigener Sprache, also aus Deutsch, für deutsche Übersetzungen. Und ich glaube, es wäre auch nicht schlimm, wenn auch deutsche Äquivalente im Text vorkommen, in Übersetzung eigentlich. Ich möchte ja etwas anderes, dass das für einen deutschen Leser überhaupt kein Problem ist, das Englische zu verstehen. Dann stimme ich mich Ihnen für dich zu. Ja, Sie verstehen. Ich würde ja nur sagen, sie wird ja auf die Weise verfremdet. Wenn Sie Englisch hier quasi von Ethisch im Deutschen schreiben, ist ein Verfremdungseffekt ja im ukrainischen nicht. Es wird ja nur quasi nicht, es wird kröllisch getrieben, aber nicht lateinisch, nicht englisch. Es wäre wohl angebracht, da in Deutschland einfach come on zu schreiben, wie man das halt im Englischen schreibt. Aber das Hauptproblem ist natürlich, das sind die Russizismen nicht. Der ukrainische Leser versteht die und der deutsche Leser verstehen sie nicht. Da hat man lange herumgedoktert. Die beiden Besitzerinnen sind ein interessantes Duo. Die eine kann gut ukrainisch, aber schlecht deutsch. Und die andere kann gut deutsch und russisch, aber nicht ukrainisch. Und zwar kann irgendwie ein Komponist heraus. Aber man hat auch versucht ursprünglich durch Regionalismen die Distanz ukrainisch-russisch auszugleichen. Süddeutsch-Norddeutsch etwas Slime und so. Aber dann hat sich doch offenbar diese doppelte Variante durchgesetzt. Das war ein langer Weg zur Übersetzung. Das war ja ursprünglich der Groszler in Graz erschienen, nicht wahr? Ich glaube schon und dann hat er dieses Fischer das Taschenbuch übernommen. Es gab eine zweite Übersetzung. Und auch der Fräuser Brüschke konnte auswählen als Proben. Ich wollte sagen, wir sind zu 20 Jahre für die bessere von diesen beiden Damen offenbar entschieden. Die beiden Namen heißen nie. Ich vergesse nicht. Entschuldigung. Dann, wir bedanken uns für den interseitischen Vortrag. Und der nächste Vortrag auf unserem Programm heißt Zweierlei Lektüre William Rades Stoppkuchen im Unterricht. Und es spricht Michael Kleineberg. Ja, vielen Dank. Guten Morgen. Michael Kleineberg ist mein Name. Ich bin seit zwei Jahren Lektor des DAAD an der Polytechnischen Universität am KPI in Kiew. Und ich möchte vortragen zu einem Autor, der mich in letzter Zeit ein wenig begleitet. Der in Deutschland zurzeit sehr populäre Soziologe Andreas Reckwitz hat im vergangenen Jahr ein Essay veröffentlicht, in dem er sich mit der Zukunft des Lesens im digitalen Zeitalter beschäftigt. Erschienen ist der Essay in einer lesenswerten Anthologie des LOKAM Verlags. Sie trägt den Titel »Warum lesen?« und versammelt neben einer Reihe weiterer Gegenwartsautoren übrigens auch Beiträge von Serhi Jadan und Katja Petrovskaja. Reckwitz knüpft in seinem Essay an Diskussionen im angelsächsischen Raum an und übernimmt von dort die Unterscheidung der Begriffe Deep Reading und Hyper Reading. Seine These, die nicht so neu ist und die er auch nicht als einziger vertritt, lautet, dass Deep Reading als moderne Praxis des Lesens, die sich im 18. Jahrhundert mit der Entwicklung des westlichen Bürgertums ausgebildet habe und über 200 Jahre lang kulturell dominant gewesen sei, diese Lesepraxis werde mit dem Siegeszug der digitalen Revolution durch eine neue Lesepraxis abgelöst, dem Hyper Reading. An die Stelle des Lesens im Sinne einer Vertiefung, einer Immersion in einen gedruckten Text, trete, so Reckwitz, Lesen als eine Praxis möglichst zeitsparender Informationsgewinnung auf diversen digitalen, nach Möglichkeit mobilen Endgeräten. Für Reckwitz ist die offene Frage nur noch, ob dieser Ablösungsprozess komplett sein wird, sich also das Hyper Reading als alleinige dominante Praxis am Ende durchsetzen wird oder ob es zu einer gegenkulturellen Revitalisierung des Deep Reading kommen wird, so wie die Vinyl-Langspielplatte trotz CD und trotz MP3 auch heute noch bzw. heute wieder ihre Anhänger findet. Reckwitz neigt dem aus seiner Sicht optimistischeren, dem zweiten Szenario zu. Das soll uns hier aber nicht alles gar nicht weiter beschäftigen. Mir geht es vielmehr allein um die Frage, was wir genau meinen, wenn wir vom tiefen Lesen sprechen oder davon die tiefen Struktur eines Textes aufzudecken und zu entziffern. Diskutieren möchte ich dies anhand eines Autors des 19. Jahrhunderts, der seit mehreren Jahren schon selber so etwas wie eine Revitalisierung erfährt, am Beispiel Willem Raves, genauer am Beispiel seines Romans Stopfgruben. Willem Rave, geboren 1831, gestorben 1910, zählt wie Theodor Fontan und Gottfried Keller zu den Tretern des literarischen oder des bürgerlichen Realismus. Er steht im breiteren literarischen Bewusstsein, aber eher im Schatten seiner berühmteren Kollegen. Anders das Bild in der literaturwissenschaftlichen Forschung. Rave galt zunächst lange Zeit als Autor einer weltabgewandten, widermeierlichen Idylle. Von diesem Verdacht hat ihn zuerst eine in den 1960er Jahren einsetzende neue Rave-Forschung freigesprochen, die konsequent den Kunstcharakter seiner literarischen Verfahren herausarbeitete. Seitdem hat sich eine breit angelegte, differenzierte Forschungslandschaft entwickelt. Deren Resultate führten zu zahlreichen Monografien und Sammelbänden, zu hunderten von Abhandlungen im Jahrbuch der Rave-Gesellschaft, das mittlerweile auf 61 Bände angewachsen ist und so etwas wie ein wichtiges Referenzorgan generell ist, wenn es um Fragen des literarischen Realismus geht. Und nicht zuletzt ist ein Resultat dieser Forschung das Rave-Handbuch, das 2016 im renommierten Metzler Verlag erschienen ist. In immer neuen Anläufen kam so das Bild eines Autors des 19. Jahrhunderts zum Vorschein, der mit seinem vielschichtigen literarischen Werk bis an die Schwelle zur Moderne und teilweise darüber hinaus gelandt war. Gerade das Alterswerk Stopfruchen steht für die Revision des früheren Rabebildes. In diesem 1891 erschienenen Roman schreibt der einst nach Südafrika ausgewanderte Eduard auf einer Schiffsreise die Erlebnisse während seines Heimaturlaubs nieder. Ausführlich erzählt er von der eintägigen Begegnung mit dem Jugendfreund Heinrich Schaumann, der seit seiner Kindheit wegen seiner angeblichen Faulheit und Gefräßigkeit Stopfruchen genannt wird. Schaumann nimmt im weit überwiegenden Teil des Romans selbst das Wort und betreibt unter allerlei sarkastischen Abschweifungen und Plaudereien zielsicher die Aufklärung eines alten Mordfalls. Die ältere Rabe-Forschung sei in dem Roman vor allem eine an der Philosophie Schopenhauers geschulte Altersweisheit ausgestellt, für die sie auf die Figur des vermeintlich in sich ruhenden, alles-irdische hinter sich lassenden Heinrich Schaumann verwies, in der manche das alter Ego des Autors erkennen wollten. Die neuere Forschung kommt dagegen zu gänzlich anderen Einschätzungen und Sichtweisen. Sie rückt die inhärente Polyvalenz des Textes und seine komplexe Erzählstruktur in den Mittelpunkt und gelangt darüber zu einem wesentlich differenzierteren und auch kritischeren Blick auf die Titelfigur. Wie lässt sich nun dieser einigermaßen komplexe und auch sprachlich herausfordernde Text nun Studierenden, sagen wir etwa der Literaturwissenschaft, nahe bringen, die mit Rabe womöglich bisher noch gar nicht in Berührung gekommen sind? Für diese Aufgabe möchte ich hier ein zweistufiges geleitetes Lektüreverfahren vorschlagen, was ähnlich beispielsweise Marion Bönninghausen 2002 für den schulischen Deutschunterricht getan hat. Ein erster buchstäblicher Ort der Begegnung mit dem Roman könnte die Rote Schanze sein, der Lebensmittelpunkt Heinrich Schaumanns und zugleich der zentrale Handlungsort des Romans. Es bietet sich an, die Annäherung an diesen Ort über die zahlreichen Idyllebilder zu suchen, die im Text direkt, etwa über ein Spitzwegzitat, oder indirekt evoziert werden. Die Studierenden könnten nach ihren eigenen Vorstellungen von Idylle gefragt und aufgefordert werden, sie mit den Idylleentwürfen des Romans zu vergleichen. Eine solche bildlich dominierte Herangehensweise würde auch die erste Annäherung an die Titelfigur anleiten. Stopfkuchen in all seiner Leibesfülle erschiene hier zunächst als Inbegriff von Behaglichkeit und Beschaulichkeit, als ein Mensch, der voll innerer Selbstzufriedenheit und Weisheit einen abgeklärten und gelassenen Blick auf die Welt wirft. Also was gewissermaßen die Lesart der älteren Radelforschung widerspiegelt, die man übrigens beispielsweise noch im Eintrag des Kindler-Literaturlexikons aus dem Jahr 1991 auffinden kann. Bönninghausen schlägt vor, mit Hilfe abfotografierter Standbilder diese ersten, aber auch die späteren Lektüreindrücke bildlich nachzustellen und festzuhalten. Dies, also solche Standbilder, scheint mir ein geeignetes Verfahren zu sein, den Studierenden auch ein sinnlich erfahrbares Textverständnis zu ermöglichen. Ein solches Standbild würde zudem den Übergang zur zweiten Lektürephase einleiten. Hier wird es darum gehen, in die weiteren tiefen Schichten des Romans vorzudringen, was nichts anderes bedeutet, als die Ergebnisse der ersten Phase komplett auf den Kopf zu stellen. Ich möchte vorschlagen, den Gang in die weiteren Tiefen des Romans auf zwei Wegen zu beschreiten. Zunächst über die für die Studierenden wahrscheinlich naheliegende Frage, was wird erzählt? So dann über die vermutlich schon schwieriger zu motivierende Frage, wie wird erzählt? Auf der ersten, der inhaltlich thematischen Handlungsebene wird der Begriff der Gewalt zum Schlüsselbegriff des weiteren Textverständnisses. Dies gilt abermals zunächst für den Ort der Roten Schanze, deren Geschichte untrennbar mit früheren Kriegsereignissen verbunden ist. Das gilt des Weiteren für das Verhältnis Schaumanns zu seiner Frau Tine Quarkatz, das nur auf den ersten Blick, das einer Emanzipation und einer Befreiung ist, faktisch aber von Unterwerfung und Inbesitznahme der Frau geprägt ist. Die Gewalt zeigt sich aber auch in dem, was in der Literatur im Roman Stopfkuchen als Redefolter bezeichnet worden ist, das ununterbrochene Ausschweifen der Reden Schaumanns, in dem die Aggressivität und die Macht eines auf seine Umwelt keinerlei Rücksichtnehmenden zum Ausdruck kommen. Und schließlich bricht sich die Gewalt Bahn in dem als Sonntagsspaziergang getarnten finalen Rachefeldzug, mit dem Schaumann die einst auf seinem Schwiegervater lastende Mordfarmer an gänzlich unschuldige und unbeteiligte Mitglieder der Gesellschaft weitergibt. Auf diese Weise, über das anfängliche Idylleversprechen hinreichend desillusioniert, dürften die Studierenden für den Abstieg auf die unterste Tiefenschicht die Erzählstruktur der Diägese gut vorbereitet sein. Dieser Perspektive hin zum Wie des Erzählens rückt nun auf einmal Eduard in den Mittelpunkt der Betrachtung. Handelt es sich doch bei Stoffbuchen um einen homodiägetischen Text, der ganz von einer Erzählstimme, nämlich der Eduards getragen ist. Dies ist nicht nur die Stimme eines durch und durch unzuverlässigen Erzählers, es ist zugleich die Stimme eines instabilen Erzählers, dem mehr und mehr die Kontrolle über das von ihm Erzählte entleitet. Das ließe sich etwa zeigen am ständigen Schwanken zwischen Binnen- und Rahenerzählung, an häufigen Digressionen sowie am Gebrauch eingeschobenen Erzählens. Erzählen und Erleben sind nicht klar voneinander zu trennen, gehen vielmehr fließend ineinander über. So erzählt einer, der nicht mehr Herr seiner Geschichte ist. Am Ende ist niemand der, als der er anfangs erscheint. Schau man nicht, hinter dessen zur Schau gestellter, behäbig gemütlicher Altersweisheit tatsächlich lang aufgestaute Rachegelüste eines zutiefst verletzten Menschen lauern und Eduard nicht, dessen anfängliche Selbstzufriedenheit des erfolgreichen Heimkehrers in einem vollkommenen Kontrollverlust über das eigene Erzählen und damit das eigene Selbst mündet. Sichtbar wird schließlich, wie sehr beide Figuren gleichermaßen in die sie umgebenden Gewaltverhältnisse verstrickt sind. Ist das hier vorgeschlagene zweistufige Lektüreverfahren nun ein Beispiel für Deep Reading im eigenen zitierten Sinne? Ich bin mir nicht sicher. Mal davon abgesehen, dass sich dieses Verfahren offenbar sehr gut mit Hilfe eines Prägermediums des Hyperreadings präsentieren lässt, scheint mir Reckwitz begriffliche Gegenüberstellung insgesamt mehr Fragen als Lösungen zu provozieren. Um nur eine solche Frage zu formulieren, könnte es nicht sein, dass das von ihm zitierte Deep Reading weniger eine Praxis des Lesens als solche bezeichnet, als vielmehr eine innere Haltung, die man dem Vorgang des Lesens gegenüber einnimmt. Eine Haltung, die man vielleicht am besten und zugegebenermaßen leicht ironisch als eine der Andacht beim Sich-Versenken in ein möglichst dickes Buch beschreiben könnte. Hinweise, die in diese Richtung deuten, gibt Reckwitz selber. So führt er etwa als Beispiel für eine, ich zitiere, für eine Bewegung des bewussten Deep Reading die internationale Popularität von Autoren wie Ferrante und Knausgaard an, also Autoren mithin, bei denen noch so intensive Tiefenbohrungen keine verborgenen Tiefenschichten zutage fördern dürften. Ich habe meine Zweifel, ob ein zweiter Blick auf Gelesenes, wie ich ihn hier anhand eines Beispiels zu skizzieren versucht habe, ob ein solcher zweiter Blick sich allein auf dem Wege der Vertiefung, der Immersion gewinnen lässt. Dass immer noch etwas anderes hinzukommen muss, lässt sich etwa der Rede zur Literatur entnehmen, die der Literaturkritiker Hubert Winkels anlässlich des Klagenfurter-Wachmann-Wettbewerbs in diesem Jahr gehalten hat. Eine in jeder Hinsicht fulminante Rede. Hubert Winkels spricht hier davon, dass der Zugang zur Kunst und damit zur Literatur nicht nur Zeit und Raum für das lesegenaue Sich-Einlassen auf das Textgeschehen benötigt, sondern auch einen kognitiven Zugriff auf Text und Welt. Einen kognitiven Zugriff, der im Übrigen mit der sinnlichen Darstellung und Erfassung von Welt eng und ständig verwoben sei, so Winkels. Gleichermaßen sinnliche und denkerische Durchdringung von Welt und Kunst. Ich vermute, das ist ein Motto, das Wilhelm Rare gefallen hat. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön für den Vortrag. Gibt es Fragen? Ja, oh, so viele Fragen, bitteschön. Ich werde ein paar Fragen noch zu diesen didaktischen Verfahren, die Sie eingesetzt haben, zu den Strandbödern. Können Sie noch genauer erklären, wie Sie das erschlossen haben für die Studenten? Das ist bisher nur eine Idee. Ich habe leider keine Möglichkeit gehabt, bisher das selber in einen Unterricht durchzusetzen. Die unterrichte das auch nicht. Aber so wie ich das verstanden habe, ich habe mir das auch bei der Frau Bönninghaus angeguckt, ist das tatsächlich, sind das szenische Darstellungen. Pantomime dargestellt. Bitte? Wie eine Pantomime. Genau, wie eine Pantomime, szenische, mit Theatermitteln dargestellt. Man kann das abfotografieren, man kommt wieder darauf zurück. Also, mir hat das total gut eingeleuchtet. Ich würde das selber gerne mal ausprobieren. Als ein erster Schritt. Und das muss dann nachher irgendwie irritiert werden. Also das wäre dann der zweite Schritt. Aber diese sinnliche Dimension des Erfahrens, einer Konstellation, einer Figurenkonstellation, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und die Darsteller sind die Studierenden? Das sind die Studierenden selber, genau. Genau, das ist die Idee dabei. Also sollte dieses Verfahren für beliebige Texte passend sein? Oder es müssen bestimmte Texte mit bestimmten Eigenschaften passen? Also das ist eine gute Frage. Also mir geht es jetzt natürlich eher um solche Texte, ich finde das ist ja immer an diesem Beispiel sehr gut zeigbar, die tatsächlich so eine Doppelstruktur aufweisen, die man auf einer sehr eingängigen ersten Ebene erstmal glaubt zu verstehen. Und unter denen dann aber, wenn man auch am Text selber beginnt an wenig zu kratzen, ganz andere Ebenen hervorkommen. Das scheint mir insbesondere der beste Einsatzort für diese Art von Verfahren zu sein. Es gab noch Fragen, bitte. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Du stellst wirklich eine zentrale Frage der Literaturgesellschaft. Was ist das Literatur? Was ist das Lesen literarische Texte? Ich weiß nicht, ob man, was du dargestellt hast, ich weiß auch nicht, ob das als Deep Reading definieren können. Aber was ich sehr wichtig finde, was meiner Meinung nach in deinem Vortrag steht, ist, dass diese Frage eben des Lesens im Sinne von, also das sich unterscheiden, das Lesen literarischer Texte, von einem, meiner Meinung nach, von einer immersiver Erfahrung. Also gerade ist das Gegenteil. Also eine Wiederholungslektüre, wenn du dazu auch eine gewisse Distanz zum Text und vielleicht auch etwas kritisch zu sehen, also der Ich-Erzähler. Also alles ist meiner Meinung nach wirklich Sinn und Zweck des Literaturunterwegs. Sonst würde sich das jetzt von einem Lesen eines geliebten Textes nicht unterscheiden. Weil das... Ganz genau, das wollte ich demonstrieren. Und für mich ist da ja dann auch die interessante Frage, deswegen dieser Ausflug in die Geschichte, der Rezeption des Buches, das hat ja die Literaturwissenschaft auch früher getan. Also das immersive Lesen. Aber warum, wann erkennt man etwas und wann erkennt man jetzt etwas Neues sozusagen? Also wie... Das ist ja nun ein Klassiker sozusagen, über den es viel, über den auch früher schon viel nachgedacht worden ist. Wie kommt es dann sozusagen, dass man dann diesen neuen Gesichtspunkte findet? Und das... Die findet man nicht über das Sich-Versenken in einem Text. Nein. Da braucht es auch diskursive Auseinandersetzung in der Interpretation, also in der wissenschaftlichen Betrachtung. Das ist auch ein historischer Prozess. Genau. Wie heute ein Klassiker lesen es nicht wie vor. Ganz genau. Also wenn man so will, eine sehr banale Einsicht durchaus. Gibt es noch Fragen? Gibt es noch Fragen? Danke. Herr Planckberg. Und als nächstes... Vortrag steht auf dem Programm der Vortrag Literarisches Übersetzen als spezifischer Prozess des Kulturtransfers. Von Tessianoi Laschen. Gibt es noch Fragen? Ja, auch. Und ein Schalz. Genau. Vielen Dank. 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 Prozesse der interkulturellen Übertragung und Vermittlung kultureller Artefakte wie Texte, Diskursen, Medien und Praktiken zwischen kulturellen Systemen. Beziehungsweise kann man Kulturtransfer als die Übertragung von Vorstellungsinhalten, Werten, Denkmustern, Verhaltensmustern und Praktiken eines kulturellen Kontextes in einem anderen auffassen. Im ähnlichen Sinne wird kultureller Transfer dann als Vermittlung von Informationen über eine fremde Kultur verstanden. Beim Verständnis der Übersetzung als kulturellen Prozess wird dann die Perspektive vor allem auf dem Zenderkreis der Zielkultur ausgerichtet. Die Orientierung an den pragmatischen Erwartungen und am soziokulturellen Wissenshintergrund des zielkulturellen Adressaten entspricht den Vorstellungen des funktionalen Übersetzungs-Theorie. Diese verplägen dann unter anderem Hans Feiermeer, Christiane Nord und zum Beispiel Hans Feiermeer meint, damit das Translats zum Element der Zielkultur wird, muss ein Phänomen aus seinen alten kulturellen Verknüpfungen gelöst und in neue zielkulturelle Verknüpfungen eingepflanzt werden. Diesen Standpunkt vertritt auch Christiane Nord und sie meint, somit kann auch die Kulturwürde übersprungen werden. Diese Neueinpflanzung eines Textes in die Zielkultur bei der Übersetzung bezeichnet Angelika Hennigke als Herstellung von kultureller Kohärenz. Für ihr Zustandekommen ist neben der Korrelation der textinternen Faktoren mit den textexternen Faktoren, das heißt pragmatischen Faktoren, die Zeit, Raum, Ort, Fender, Empfänger, ist auch die Konstellation dieser Faktoren im konkreten und spezifischen kulturellen Wirklichkeitsmodell der jeweiligen Rezipienten zu berücksichtigen. In Anlehnung an die Definition von Posner fasst Hennigke Textverstehen als Dekodierung von Kultur auf und modelliert das Zustandekommen der kulturellen Kohärenz von Texten analog. Das heißt, materiale, soziale und mentale Dimensionen sind auch für das sprachliche Handeln mit Texten untrennbar miteinander verbunden. Die kulturelle Kohärenz eines Textes ist gebunden an die Herstellung einer semantischen und einer pragmatischen Kohärenz. Die drei Dimensionen sind eigentlich eine Voraussetzung für das Verstehen der Textbotschaft. Die Textbotschaft ergibt sich nicht allein auf der Ebene der pragmatischen, nicht allein auf der Ebene der textinternen, das heißt strukturell-semantischen Kohärenz und nicht auf der Ebene der pragmatischen Kohärenz, gemeint ist diese Einbildung in eine Situation, sondern nur durch den Bezug auf die Mentalität als Gesangheit aller herrschenden Bots, eine Kultur- und Sprachgemeinschaft mit allen gültigen Normen und Werken. Wir stillen hier auch Bachmann-Medik-Sthese zu, dass sich kulturelle Bedeutungen niemals aus einzelnen Textelementen, Schlüsselbegriffen oder Symbolen erschließen lassen, sondern erst aus den umfassenden Bezügen auf ihre soziale Verwendung und kulturelle Selbstauslegen zu deuten sind. Unsere Intention ist es folgende, dann zentrale Forschungsfrage auch zu beantworten. Wie lassen sich kulturelle Bedeutungen in literarischen Texten erschließen, um dann in der Übersetzung wiedergegeben zu werden? Diese zentrale Forschungsfrage erfordert Antworten auf weitere Fragen. Es soll untersucht werden, welche Texte der Kultur im literarischen Text abgebildet werden können. Dabei soll aufgezeigt werden, wie der literarische Text einen Bezug auf den kulturellen Kontext aufweist, in dem er geschaffen wird oder den er darstellt. Und gleichzeitig muss geprüft werden, auf welchen Textebenen sich kulturelle Bedeutungen erschließen lassen. Aus unserer Sicht kann die Wiedergabe von aufgangskulturellen Inhalten im Rahmen des zirkulturellen Weltmodells methodologisch das Konzept der Translation als kognitiv-kommunikative Tätigkeit und auch die Auffassung des literarischen Textes als ein integratives Megakonzept in der Mauern. Das Übersetzen als kognitiv-kommunikative Tätigkeit erfolgt in einem Drei-Phasen-Prozess. Diese Phasen sind dann die Interpretation des Megakonzepts des Ausgangstextes, das Modellieren des Megakonzepts des Zieltextes und dann seine Neuvertextung in der Zielsprache. Das Projektivieren des Megakonzepts des Originals auf das Weltbild der zielsprachlichen Sprach- und Kulturgemeinschaft ermöglicht es, die Differenzen in Bezug auf die kulturellen Informationen und deren wertenden Interpretationen festzustellen. Kontrastiver Vergleich des integrativen Megakonzepts des Ausgangstextes und deren Wiedergabe im Zieltext ergibt die Makrostrategien der Übersetzung. Und diesem globalen mentalen Programm der Neugestaltung des einheitlichen Megakonzepts sind dann lokale Strategien und Taktiken untergeordnet. Deren Einsatz eigentlich das jeweilige Übersetzungsproblem bei der Wiedergabe kulturspezifischer Bedeutung bedingt. Der literarische Text wird in dieser Studie im Rahmen des kognitiv-kommunikative Ansatzes aufgefasst und für dessen umreißend ist dann die Methode des Schichtmodells des Konzepts geeignet. Als eine hierarchische Struktur besteht das Megakonzept des literarischen Textes aus drei Schichten, einer Begriffchen, einer Bindlichen und einer Wertenden. Und in dieser Untersuchung wird die Hypothese entwickelt und in einem auch Textbeispiel getestet, dass sich kulturelle Bedeutungen auf verschiedenen Schichten des integrativen Megakonzepts erschließen lassen. Also aufs Zeitmangel gehe ich nicht, selbstverständlich auch die Textanalyse ein, aber ich möchte dann vielleicht noch kurz das Ergebnis präsentieren. Ja, also zusammenfassend lassen sich Folgen der Ergebnis herausstellen. Nun, die in diesem weiteren Entwicklung der translationsrelevante Definition der Kultur kann kulturelles Hintergrundwissen des Übersetzers modellieren, welches eigentlich nur sein Verständnis von kulturellen Bedeutungen im Auswendstext einerseits und an deren adäquate Wiedergabe im Zieltext andererseits wichtig ist. Der literarische Text kann andere Texte der Kultur abbilden und unter anderem sind das Traditionen, solche Rituale, Verhaltensdenkmuster, Gegenstände der Alterskultur, sprachlich kodierte Weltbilder und Objekte der Kunst. Ja, und kulturelle Bedeutungen lassen sich eben auf allen drei Schichten erschließen. Auf begriffliche Schicht, zum Beispiel durch die Analyse der denotativen Bedeutung von expliziten Textelementen, wie beispielsweise Antroponyme, Typonyme, realen Bezeichnungen, Historizismen, archaischen Textelementen, Dialektismen. Auf bildlicher Schicht, zum Beispiel durch die Analyse von kognitierenden Metaphern, die zugrunde von sprachlich-semantischen und sprachlich-stylistischen Bildern liegen. Und auf wertender Schicht dann anhand der Analyse impliziter und expliziter Bewertungshagelungen. Die vergleichende Analyse des integrativen Metapunktes des Beispieltextes und an dessen Wiedergabe in der Übersetzung hat keine wesentlichen Unterschiede in der begrifflichen und in der wertenden Schicht ergeben. Die meisten Inkonkurrenzen dann lassen sich vor allem in der billigen Schicht infolge gewisser Nichtdeckungsgleichheit in den Weltbildern der ukrainischen und deutschen Sprach- und Kulturgemeinschaften nachweisen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir danken Ihnen auch sehr klug an den Fragen. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich fand besonders beeindruckend Ihren Überblick über die verschiedenen Ansätze der Kulturdefinition des Begriffs und dann eben auch die Schwierigkeiten und diese Vielfalt. Man hat fast so den Eindruck, man bewegt sich in einem Spiegel-Labyrinth. Schaut man in den einen Spiegel, bekommt man gleich eine Vielzahl von anderen Begriffen, die sich spiegeln, schaut man in die andere Richtung, wird es noch unübersichtlicher. Meine hintere Frage ist, wäre es nicht vielleicht an der Zeit, ein begriffliches Moratorium einzulegen, was den Begriff der Kultur angeht und sagt, wir verzichten mal auf den Begriff der Kultur. Und was würde dann die Übersetzungswissenschaft eigentlich verlieren, wenn sie sagt, wir kümmern uns gar nicht mehr um diesen sehr schwierigen Begriff, sondern wir machen unsere Arbeit und haben sehr viele andere theoretische, begriffliche Instrumente, mit denen wir uns verständigen können und lassen den Kulturbegriff einfach mal weg. Ich würde nicht diesen Begriff überhaupt weglassen. Aber wenn man sucht, man findet. Wir finden den Ausweg. Und wie gesagt, einen Vorschlag heute gibt es schon. Also, dass man dann eigene Definitionen entwickelt, die dann vielleicht auch praktisch operationalisiert werden kann. Ja, aber da haben Sie vollkommen recht. Also, dieser Begriff ist eine transdisziplinäre Überforderung. Richtig. Und wir haben das immer wieder in Wissenschaften, glaube ich, wo man das sehen kann, dass Begriffe einfach an ein Ende kommen, vielleicht an ein natürliches. Und dann stehen sie irgendwann vielleicht wieder neu auf. Das weiß man nicht. Aber das wäre also die Frage, was passiert, wenn man sich einmal verständigt, das nicht zu tun. Das ist nur hypothetisch, weil man kann sich nicht verständigen, weil irgendjemand wird diesen Begriff immer benutzen. Aber als Denkmut. Als Verletzungsvierstuhl für interkulturelle Kommunikation kann ich dann irgendwie nicht diesen Begriff rauslassen. Sehr cool. Eine gute Bemerkung. Das ist ein Ausdruck aus der Armee. Die wichtigste These ist, dass hier nicht Gott, nicht Sätze, nicht Texte, sondern Kulturen. Da kommt man nicht aus. Also, was ist der Unterschied bei diesem Schema zwischen lokalen Verfahren und lokalen Praktiken? Wir meinen die Dienstmodelle, ja? Na ja, also dann Strategien, ja? Also als Makrostrategie, dann kann zum Beispiel bei der Übersetzung entweder Verfremdung, ja? Oder dann einheimische Übersetzung oder Domestikation gelten, ja? Wenn wir zum Beispiel mit den Kulturelementen zu tun haben, ja? Im Text, also dann, je nachdem, um welches Übersetzungsproblem es geht, zum Beispiel Metapher oder zum Beispiel, naja, Phrasologismus, ja? Also dann werden lokale Strategien eingesetzt, ja? Und hier muss man das Empfängerbild im Auge behalten und auch das Ziel der Übersetzung, ja? Also, wozu wird etwas übersetzt? Gut, also dann lokale Strategien können auch wiederum einheimische Übersetzung oder Verfremdung sein, wiederum, ja? Ja, Taktiken, also da gibt es noch, ja, mehrere Klassifikationen, wie man vorgehen kann und Verfahren, das sind schon, nun, diese Übersetzungsverfahren, ja, bekannt als auch transformatorische Transformationen, die dann eingesetzt werden. Dankeschön. Ich will noch eine ganz kleine banale Frage stellen. Sie haben das öfter gesprochen von Sprach- und Kulturgemeinschaften. Ist das dasselbe? Ist eine Kulturgemeinschaft notwendig auch eine Sprachgemeinschaft? Nicht immer und deshalb, also dann sage ich immer Sprach- und Kultur- Im Sinne von Entweder-Oder. Bitte? Im Sinne von Entweder-Oder. Naja, zum Beispiel, äh, und Arme. Das wäre eher eine Definition, ich war das Et-und-Oder, nicht Entweder-Oder. Da würde ich nicht ganz sicher sein, ob ihr die Kulturgemeinschaft auch eine Sprachgemeinschaft voraussetzt. Wenn ich von der österreichischen Kultur oder von der ukrainischen Kultur aus gehe, weil würde ich ein bisschen von Kulturgemeinschaft sprechen und nicht von Sprachgemeinschaft. Aber das ist das ja in jedem Bemerkung. Also, wir bedanken uns sehr. Ja, äh, also damit haben wir unser Programm eigentlich ausgeschöpft. Vielleicht gibt es jemanden, der unbedingt sprechen will, noch ein bisschen etwas sagen. Ja, dann, dann, ähm, wir haben einen sehr produkt, nicht einen, sondern zwei sehr produktive Tage gehabt, also zwei Tage haben wir gearbeitet in der Sektion, haben insgesamt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn Vorträge haben wir gehört und sie waren alle sehr interessant, kreativ. Ähm, wir haben viele Impulse bekommen zur weiteren Forschung und, äh, damit beenden wir unsere Arbeit und ich wünsche Ihnen natürlich Gesundheit in erster Linie und weitere Erfolge in der wissenschaftlichen Forschung. Ich danke Ihnen sehr, äh, sowohl den Sprechern als auch den Zuhörern, äh, allen Kolleginnen und Kollegen, die hier, äh, also, äh, uns diese schöne Zeit geschenkt haben. Dankeschön. Vielen Dank.